hallo meine freunde ich möchte einfach mal danke sagen danke für eure unterstützung das jahr neigt sich dem ende zu wir haben glaube ich noch so circa 28 stunden denn fängt das jahr 2020 an was waren meine highlights oder was fand ich schön 2019 was sich interessant war war das samsung folder dieses klapptelefon oder files telefon die von apple die airports pro die hätten ruhig ein bisschen früher kommen können die preisschraube ist glaube ich ausgereizt finde ich ist mein persönlicher eindruck aber das muss jeder selber wissen ich hoffe dass das jahr 2020 besser wird vielleicht mal wo man quasi wow das möchte ich gerne haben aber gut das ist mein empfinden deins ist vielleicht was ganz anderes wenn ihr hier auf der kanalseite seid von mir ich bin auch auf facebook instagram twitter oder blogger könnt ihr euch mal anklicken könnt ihr auch eure kommentare hinterlassen aber bitte konstruktiv oder schickt mir einen tipp oder nebenbei und ich lerne immer noch dazu es gibt hier so ein paar sachen wo ich sage hätte ich vielleicht besser filmen können da war ich vielleicht mit dem zoom vielleicht zu dicht dran dann hat man das vielleicht nicht so richtig gesehen aber dass in einem video meine stimme zu leise ist im nächsten video ist meine stimme zu laut im anderen video ist die hintergrundmelodie zu laut wir haben in den videos immer den gleichen pegel ich benutze immer die gleichen filter aber gut noch mal danke an euch alle an meine abonnenten die ja nur zugucken und auch an die firmen für die schwaben bisschen präsentieren durfte finde ich auch gut danke ich wünsche euch einen guten rutsch in das jahr 2020 und bleibt gesund und dann würde ich sagen sehen wir uns immer in den nächsten videos und ich freue mich immer noch auf eure kommentare bis dann euer riverdave ciao ciao ja ich hoffe das video hat euch gefallen und likt mich und teilt mich und abonniert doch meinen kanal damit in zukunft keine weiteren videos verpasst bis dann euer riverdave